und damit ein herzlich willkommen zurück wir sind ja noch mitten im kampf es ist spannend und so weiter 290 ok aber wir haben ja immer noch nicht die genau was man eigentlich so wir brauchen ja eigentlich dieses modeller band und modeller sei das wissen nicht wo es das genau gibt es ist eigentlich nur die frage aller fragen wo gibt es das hotel band und das hotel er sei hier 95 das und hier hier fünf ja 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 das ist kein gültiges ziel ja das tun wir mal mitnehmen ah ne das hotel brauchen wir auch noch 69 und das hier doch ne das brauchen wir jetzt nicht kann man denn hier irgendwo was mitnehmen was soll man das kriegen die legium 4 der feind ist da wir sind aber kein feind nein nie wurde nie um die wehtun niemals der was dabei wie sieht es denn kurz nochmal erstmal die pürcher probieren auch die scheiße 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 um aber eigentlich müsste man das jetzt noch schaffen das müssten wir eigentlich würde es schaffen weil es sieht auch ganz gut aus 420 und 770 fußelder höchstlich also wenn ihr da wisst wie wie das funktioniert genau dann können wir mal bescheid sagen weil ich weiß es nicht also wo man das herdrückt das ist die frage wenn man das mal auf so ich wollte es aber eigentlich so fest und von morgen naja nehmen wir das einfach mal und dann schauen wir mal ins aktionshaus das wird mir auch noch machen aber dann schauen wir mal um fest umfang war ein beschützer äh so 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 zu tropfen wird er legt das hier wieder ewig wo ist der typ hier der ach nee dabei muss ist er hier hoch und dann nach links hier teleporter teleportieren und noch pandemonium wir haben pandemonium ja wir die politik und kommen jetzt im pandemonium raus wir hätten noch die christlichen abgeben können so doof so dann schauen wir mal in aktionshaus lana man hat wir blotten aber immer dasselbe immer dasselbe leider vertauf alles muss raus das wird gleich wieder also ich weiß nicht ob ihr jetzt auch das seht aber bei mir ist wortrad total standbild jetzt geht es wieder lagerverwalter lagerverwalter handelsagent muss man so immer mal handel übergeben wir schauen jetzt hier einfach mal ich sollte doch nach einem goldpaket gucken oder nicht goldmünzen goldmedaille goldmedaille also ich sag mal so goldmünzen kosten hier immer auf die 17 ach da ein goldpaket für 30 tage goldpaket für 30 tage kostet hier um die 35 millionen 100.000 35 millionen 35 ist blitze was mein nein irgendwie so richtig funktioniert das ganze hier nicht das wäre doof wieder zu 1 zurück hier der neo 15 also 34 also sagen wir mal 35 millionen 35 millionen und es steht 38 millionen bis zu 47 ein halb millionen ja ist schon ein bisschen mehr das ist halt schon ein bisschen mehr oder kann ich mir halt noch nicht ganz so leisten vom preis als geht halt nicht so dass wir jetzt aber ein ist auch schon wieder hier haben wir hier geguckt damit sind wir hier fertig wenn wir jetzt das nehmen dann kommen wir zur wüstengarnition da gehen wir erst mal wieder dorthin woop 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 so und jetzt müssen wir mal gucken hier und hat der und die MUELLER die minder der und forschungsmethode hier sind die heute und okay da haben wir wünschen schon mal wieder eine quest erledigt und alle anderen müssten wir dann mal gucken ich weiß es sind jetzt noch knapp ja ich sag mal knapp als vier minuten ein bisschen mehr als vier minuten die würde ich jetzt aber auch nicht mal rumtüren weil jetzt los ich nun zwei mal hin und so weiter darum sehen uns jetzt gleich wieder und ich sag mal bis dahin macht's gut und wir sehen uns ciao moin und hallo das mal wieder ja das letzte mal hat schon wieder ein bisschen hergezögert das war das einfach mit schule und dann kam ja alles mögliche dazwischen und bä 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 so wir müssen das mal schnell gucken da sind wir die einzigen wir sind jetzt inzwischen auf patch 4.0 wir wollten aber eines quest nachgucken so was haben wir ja die hand hinter den eisklauen die feuerstelle altar der höhe suchen da ist dort hinten wir müssen immer dort hinter ok und hier ist mit wit da suchen die ist ja ganz woanders das war das problem der telefon mit würde ich sprechen wo es zu lieben fleisch sammelt gold das weiß ich doch nicht wo das sein soll das müsste man jetzt inzwischen eigentlich schaffen stufe 29 sind wir ja fast das sind wir ja schon probieren wir den nummer wir gehen einfach mal zu dem und probieren das einfach mal das ganze wird jetzt heute man ist so eine lange aufnahmen wurden dafür umso länger aber das stört jetzt ja nicht weiter hier runter das rüttelt jetzt oben sind heute los nein 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 gut das war jetzt eines nicht so gedacht aber naja kann man nicht machen so können natürlich jetzt auch einfach die wachen das immer vielleicht löffel 30 bis dahin ach so das ist natürlich für den fernkämpfer so 4.0 ist ebenfalls drauf ich komme gerade aus der berufsschule war wieder natürlich super die ganze woche generell war jetzt super in der schule naja und dann ist das schöne ja die bauen jetzt halt bei uns zurzeit überall also man fährt so zehn kilometer dann kommst du mir die nächste baustelle und so so ist es zurzeit bei uns also absolut nicht schön haupt nicht schön aber was will man sonst machen muss ja irgendwo auf der urbahn weil landstraße braucht man auch nicht anfangen da fährt man noch um länger das geht ja gar nicht also muss man ja hier aber mir gefällt es leider ist außerdem wieder besser das ist das fetzt wir müssen aber mal schnell was essen und wir nehmen halt dran sind das unsere letzten bäden ne das könnte wieder herstellen nochmal achte herstellen oh da haben wir jetzt nicht habe ich jetzt nicht gut überlegt ah naja was wollen wir machen naja ähm auch da wohl bum 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 das ist kein gültiges ziel dickes rohleder braucht denn sowas hier drüben musste ich ja hin so wir müssen noch mal an dem warten bestimmt hier ich eh hier